Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Hier möchte ich heute mal ein paar Werke vorstellen, die im Zuge der Kontaktbeschränkungen und der Corona-Maßnahmen unserer Bundesregierung in Mainmobikeller entstanden sind. Das waren hier vorgefertigte Teile ausgesägt und schon gebrannt. Das Ganze hier mal in vierfacher Geschwindigkeit, wie ich diese ganzen Sachen gebrannt habe. Hier tue ich Einzelteile, die vorgezeichnet sind, noch einmal mit dem Lötkolb bearbeiten, um die Kontraste besser hervorzuheben, denn einfach nur gezeichnet sieht ein bisschen blass aus. Jetzt werde ich mit einem kleinen Schleifgerät, was aus der Fußpflege stammt, diese feinen Härchen, die entstehen beim Sägen mit der Stichsäge, entfernen, denn diese Fusseln, die sehen unschön aus. Dies sind weitere Projekte von einem Osterdeko. Wenn man so etwas in der Familie einmal gezeigt hat, dann schreit jeder hier, will ich haben, will ich, will ich, will ich haben, will ich haben. Also was bleibt übrig? Ich setze mich in den Keller und produziere noch ein paar, um die Familie zufriedenzustellen. Meine schwere Atmung kommt dadurch, da ich diese fertig zusammengebaut habe und gerade lackiert habe, welches man hier gerade so sieht. Und schon sind wir beim nächsten Projekt. Meine Frau hat sich eine Weihnachtspyramide gewünscht und da ich meiner Frau selten etwas abschlagen kann, wird hier eine große Waldpyramide entstehen, die ca. 1,35 Meter hoch ist. Das sind schon die ersten Einzelteile, die ich hier zugesägt habe und so sieht man, wie das so langsam Stück für Stück entsteht. Hier habe ich jetzt auch wieder die Geschwindigkeit um das Vierfache erhöht, um die ganze Sache mal zu sehen, wie man dabei arbeitet. Denn bei einfacher Geschwindigkeit sieht man kaum eine Bewegung. Da es eine sechseckige Pyramide ist, habe ich dann immer gleich sechs Platten übereinander gelegt, um alles gleich mit einer Schablone zu schneiden. Hier musste ich noch einmal aufstehen, um eine Bohrung nachzuholen, das Sägeblatt wieder einzuführen und die Außenausschnitte noch zu machen. Die hatte ich vergessen. Das Ganze wieder in sechsfacher Geschwindigkeit Die Teile für eine Etage auszuschneiden und dann die sechs fertig geschnittenen Außenwände der Pyramide von einer Etage zu haben. Und so sieht das Ganze dann aus. Das entfernt den Außenrahmen und hier die sechs Teile vor sich hat, die dann nur noch fein bearbeitet werden müssen. Hier habe ich dann mal die einzelnen Etagen verleimt und mal grob übereinander gestellt, um überhaupt erst mal eine Vorstellung zu kriegen, wie die Pyramide mal aussehen soll und was für eine Größe sie hat. Hier habe ich auch wieder meine Maske auf, um die ganzen Schleifstäube und Klebedämpfe nicht so direkt einzuatmen. Aber ja, irgendwie muss man sich auch ein bisschen schützen. So, hier bin ich jetzt am Basteln, was die Beleuchtung und die Elektronik angeht, die einzelnen Abschnitte zu machen, die zwei untersten, die obersten. Hier habe ich sie mal zusammengestellt. Und so sieht das Ganze dann bei Tageslicht aus. Ich habe dann auch gleich den Motor mit angeklemmt, dass sich die ganze Sache mal bewegt. Hier sieht man, wie sich die einzelnen Teller der Etagen drehen. Und ob das Ganze funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Die ganze Sache wird mit einem Langsamläufer mit drei Umdrehungen pro Minute angetrieben. Über zwei Zahnräder, die schön ineinander greifen, sodass die ganze Sache auch später mal demontierbar ist. Und dann musste ich auch mit Entsetzen feststellen, dass das irgendwie nicht schön aussieht mit dieser Mittelachse. Also, Drechselkrank ausgepackt, beziehungsweise mein Bohrständer umgearbeitet zum Drechseln. Und ich mache da gleich mal ein paar Zwischenteile. So, jetzt habe ich die Zwischenstücken zwischen den einzelnen Etagen, was die Pyramidenwelle angeht, eingebaut. Die ganze Pyramide mal zusammengebaut, in allen Teilen, um die volle Größe und die volle Pracht zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. So, jetzt muss die ganze Sache nur noch fein nachgearbeitet werden. Man sieht ab und zu noch einmal vom Heißkleber, wo ich die Elektronik angeklebt habe, so ein paar Fäden, die sich gezogen haben. Die müssen alle noch entfernt werden. Dann wird sie noch fein nachgearbeitet, lackiert und dann ist die ganze Sache abgeschlossen und es kann Weihnachten kommen. Im Abspann habe ich dann noch einmal die Aufstellung der Materialliste gegeben, was die ganze Sache kostet. Also, ist nicht ganz billig der Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald zum nächsten Video, Motorradfahren oder Basteln und Tschüss.